So, äh, ja, probieren wir es nochmal, jetzt komplett ohne Hufeisen. Ist ja auch super. Haa, Sly, drops mit dem letzten Nerv. So, Spinner, ach ne, hätte ich ja schon erledigt, oder? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Naja, es war klar. Und hier dann, wupp, und zack. Ähm, ich weiß echt nicht, ob ich, ob das geplant ist, dass ich da unten so hin soll. Ob das so muss? Äh, das muss ich doch. So. Geht doch. Natürlich muss ich das so machen. Anderen Weg gibt's doch gar nicht. Okay. Was für ein Aufwander, was tut man nicht alles für Flaschen. So. Zack. Schneller, schneller, schneller. Vielleicht mach ich ja heute noch Miss Ruby, wenn ich, wenn ich nicht zu genervt bin. Und, ja. Ja, wie ihr seht, äh, wir haben Sly zu 50% durch. Also, ja, das ist wenig so ein klassisches Jump'n'Run. Ähm, ja, was jetzt nicht so, nicht so aufwendig ist, also Level gehen schnell und alles, falls ich nicht zu Tuf anstelle, aber definitiv, ähm, nicht so aufwendig wie Assassin's, ups, Assassin's Creed, ähm, Brotherhood, die, äh, das, ähm. Ach, ne, muss ich da etwa, äh, das einmal auch ne 3 Parts gebraucht hat und, ähm, und, ähm, jetzt Red Dead Redemption, was ich angefangen hab. Also, also, wir sind zu weit hoch, oder? Oh, 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 ja. Ähm. Ach, muss ich jetzt etwa wieder den ganzen Weg? Das kann's doch nicht sein. Oh, 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 oh. Ja, ja. Ja, wie gesagt, also, es bleibt auch definitiv nicht so viele Parts, wir haben jetzt, äh, 50 Prozent gut durch und, ähm, ich hab jetzt ungefähr so, part 12 müsste jetzt bei YouTube hoch, äh, geladen sein und, äh, das hier dürfte jetzt grad part 15 sein, also, ich sag mal so um die, ja, vielleicht 30 Parts oder so. Also von daher, das dürfte jetzt eigentlich nicht so aufwendig sein. Aber mal gucken. Kommt ja noch ganz drauf an, wie ich mich anstelle. Dieses Level kenne ich jetzt sowas von in- und auswendig. Also zumindest das hier jetzt die ganze Erfahrung mache ich mir extra die Mühe und lade ich hier hoch. Das weiß auch keiner, ne? So. Auf ein neues... Boah, ich dachte gerade, scheiße, nee. So. Jetzt nehme ich auch die größere Lippe. Und ich sehe Flaschen. Flaschen. Na, da ist nichts mehr. Das war klar. So. Da ist nichts mehr. Ne. Sieh dir all die Sicherheitskräfte an. Das muss die Quelle all dieser enkelhaft grünen Brüder sein. Ne. Es gibt noch mehr. Okay. Okay. Da ist noch eine. Naja, und gleich bist du dran zahm. Das wissen wir schon. Da. Jetzt. Jetzt kannst du kein Wässerchen trüben, ne? Ja, 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 ja. Weg. Selbst schuld. Okay. Da ist nichts mehr. Was haben wir denn? 34 von 40. Mua. So. Komm, wir gehen jetzt mal weg. Und zwei. Zwei Flaschen noch. Und die sind da. Okay. Ah, geil. Besser kannst du nicht laufen. Diese Codes sind nichts gegen meine analytischen Fähigkeiten. Die Kombination muss 5, 7, 1 lauten. Hoppala. Äh. Fünf. Ja, beziehungsweise. 5, 7, 1. So, was kriegen wir denn dieses Mal? Wahnsinn. Matthew De La Coupers permanente Zugentechnik. Mit diesem Kniff kannst du die Zeit, die dann immer du möchtest, verlangsamen. Nicht bloß im Sprung. Halte die Dreiecktaste gedrückt, um sie einzusetzen. Ja, das finde ich immer toll. Nicht nur im Sprung, sondern auch jetzt die ganze Zeit. Guckt euch den Move an. Ist das nicht geil? Also, das verschnellen wir jetzt mal so ein bisschen. Tom, 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 Tom. New Slow Motion. Wups. Wunderbar. Auf zum nächsten Level. Beziehungsweise, das ist dann so ein behindertes Minispiel. Klar, es ist wieder so ein behindertes, was ist das hier? Na. Na, machen wir das erst. Oh Gott. Chicken. Bei all dem Heu und den Federn hier drin muss ich schon niesen, wenn ich hier nur reinsehe. Aber wir haben keine andere Wahl. Der Geist dort hat mich über Spektralwelle kontaktiert. Und wir haben einen Deal. Er verspricht einen Schlüssel, wenn du 50 Hühner erlegen kannst. Scheiße, er braucht sie für einen riesigen Gumbo-Eintopf. Aber er hat Angst vor diesen Bombenhähnen. Pass auf, oder sie jagen dich in die Luft. Glaubst du, du schaffst es? Öh. BTF? Oh Gott. Kommt, Herr Chiggis. Oh. Ich hab die Bombenhühner gesehen. Oh Gott. Ja. Her mit euch. Oh Gott. Oh Gott. Bombenhuhn. Noch mehr. Okay. So. Weck'n durch. Also. Irgendwie. Oh Gott. Oh Gott. Er ist 20. Wow. Oh Gott. Er kriegt mal die Hälfte. Seit drin ist Wahnsinns. Jetzt soll er da durchgehen. Boah, scheiße. Jetzt ist er nicht gesprungen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, chickies. Geh hin, geh zu mir. Nein, ihr doch nicht. Ja, kommt. Kommt in den Eintopf. Los. Hopp, 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 hopp. Ihr doch nicht. Oh. Können die doch jetzt mal... Hallo? Danke. Ich dachte schon, ich würde den gar nicht mehr. Was? Schon wieder? Wow. Fuck, 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 fuck. Das war so klar. Das war so klar. Oh, goodness. Das Spiel nervt mich jetzt schon an. Okay. Ja, komm her. Ja, mit euch Hähnchen. Hier geht ein tolles Bear Rapsack. Noch zehn, noch zehn. Kommt schon. Noch zwei, noch zehn, noch eins. Oh. Na, endlich. Boah, meine Güte. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Katern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Üh'. inís. Und wenn er ist sicher. Ich sch obviously auf. Ja, hieréric Sarfack und ich. Ich bin doch sicher. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.